Oh, genau. Und ein Grinder? Keine Ahnung. Ich hab mich grad nicht gesehen, ich muss mal warten, dass hier ein paar... paar Spörnen von den Dinger. Hm. Damit kann man einen Bogen machen. Darkwood, Fusionwood. Okay. Oh, komm, spawnt mal ein bisschen besser hier. Äh, fünf ist am besten. Okay, das Wasser geht weg. Wenn nach oben die Corby wieder mitnehmen. Ach, man kann aus Glosszahn auch Dinger machen. Was? Powder, Joint the Game wieder. Was? Wie das denn? Mit destillierten Redstone. Okay. Oh, da hinten sind Blazes. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, hab ich grad auch gesehen. Oh, alter, Gott sei Dank hab ich Resistance und so'n Scheiß. Ich bin grad voll in die Lava gefallen. Okay. Alter Schwede. Gott sei Dank haben wir so'n Kack. Da bist du ja wieder Black. 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 Black, Black. Okay, er redet nicht. Black Black. Black Black. Black Black. Ich bin schon wieder da. Und meine Mutter, also erst meine Mutter und meine Mutter so, erst muss Stecker ziehen, ne? Weil die so, ach ne, ich nehm doch den anderen Stecker. Nachdem sie's gezogen hat. Weil sie sehen natürlich auch, hat sie sich das natürlich noch mitverlegt. Und ich muss den Lob aussprechen bei unseren Sachen. Bin grad schon in die Lava reingeklatscht, ne? Was hat mich gerettet? Fire Resistance. Ja. Wird so geil. Jetzt kommen wir die 40 Sekunden noch. Na, das dauert hier noch. Oh, Ghast. 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 Der Ghast durch die Ghasts. Okay, die schenken unsere Ghast-Freundlichkeit hier aber. Na, mein Freund? Problem? Du auch'n Problem? Problem? Oh, Nighthawk Creepers! Ja! Klatsch! Mhm. Klatsch, klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch, klatsch. Die können gar nicht hochgehen so schnell weh. Ja! Oh. Warte mal, da mach' ich die... Wiedersetten, die beiden die Seiten? Komm schon, ist so, ein bisschen dunkel. Proteman die, die die die, die... Toni, was baust jetzt eigentlich da hinten? Toni? Äahh... Ja, und Toni seine Mahle, hohe. blöcke fliegen alle entgegen er ist abwesend er steht hier weil er sagt nicht dass er weggehen das ist tony ja ja eine spinne spinne komm her klatsch ach hier drunter ist ja nicht ausgeleuchtet deswegen was ich doch nicht ich habe keine rückmeldung also ich bin wieder in der mann die dusche angelassen jetzt geht es wieder ich will es nicht hoffen die p du schon wenn du die anlässt dann leckt das extrem ja die sind alle die sind alle aus so wie am oben messe weiter da mit diesem bisschen strom die mir jede art zapft ihr lustig ist das ist voll traurig der arme messe weiter da muss man so viel warum sammle ich jetzt blöcke 1 cent aus ach so du bist du na aber sonst war das immer erst wenn du nicht noch rum drin warst sorry alter wenn man nicht gerade dabei die kissen verlieren ja dann sag das doch bitte ja ich bin dir das vorher an und lass mich nicht die ganze scheiße aufsammeln doch ok redstone ist jetzt kein scheiß hätte ich behalten können aber ne keine zeit kann ich mir seit 24 dinger noch fertig so wo passt jetzt nochmal magnesium rein bist du da unten ne ich bin oben weißt du was ich mach ich mach hier erstmal zu das bringt aber nix zwei blöcke mindestens zwei muss dann machen ja mhm durch einen können die immer noch durchglitschen yay wo ist black ach da hinten einer schmelze ok ich könnte schon mal magnesium brennen weg wir müssen uns drauf abziehen dass wir erstmal ein werk zu machen magnesium ist so scheißen teuer zu machen also ich kann 10 barren machen hey ich kann mir zwei spitzack machen sind voll billig ja dann machen wir zwei spitzacken ach so wenn du da oben die sachen rauskost kobalt oder so ne aus der schmelze ja ähm das ist irgendwo unten bei mir da sind irgendwie fertig waren raus weil ich alles rausgeholt habe was ging ja damit ich da rein nur glas rein machen konnte siehst du was passiert ist ja ja die guten kristalle anziehen die guten kristalle anziehen die guten kristalle anziehen das hatte ich glaube ich nicht ja noch necromantic umbauen hab ich ohne krassik brennen sehr wichtig also da konnte man die tanks mitmachen genau die extra herzen jo könnte man eigentlich warte was kostet das denn ähm aluminium ok oder tin mit nem knochen das ist eigentlich ihre latin und knochen haben wir glaube ich eher und knochen 4 dias ja schon scheiße toni ja der hat wieder nicht will er mal irgendwie seine sachen einräumen der tod ach komm ich mache das eben ich will mein zweit ruhen oder wenigstens die werkzeuge nicht verliert ich weiß ja nicht ob der auch spritzen hatte ich glaube schon naja ich würde sagen ich habe ich gemerkt warum war es wieder weg ja ich geschafft ja warum sagst du nicht im bescheid ich bin dem müll weg bringen ja weil das kurzfristig instant sein musste aber dann hättest du ganz kurz was sagen können hättest du ihm sagen komm ich bringe den müll weg der hätte man dich vielleicht irgendwo hin teleportiert ja keine ahnung jetzt nein zu spät jetzt steht da eine kiste und du brauchst wieder eine spritze spritze bringe ich dir gleich schon wenn ich weiß wo du boah ich hab grad fast toni geschlagen ja war ich grad auf ganze die fischer töten die hier rumfliegen da rumgehen ah toni da bist du komm her warte mal stopp hier nimm schon mal das zieh die spritze rein und klatschen wir eben die zombies hier klatsch klatsch what the fuck der zonberte 94 leben z favoritzen ich kann ja das ist oder Schulen Vielen Dank.